Willkommen zum Epoch Times Podcast Nr. 781 mit dem Thema Chaos bei Saarland-Grünen. Mehrere Vorstandsmitglieder werfen das Handtuch. Ein Artikel von Reinhard Werner vom 1. Juli 2021. Schelte aus Berlin, mehrere Rücktritte und ein peinliches Video. Die Grünen im Saarland starten unter unvorteilhaften Bedingungen in den Wahlkampf. Eine Kandidatin zeigte sich nicht in der Lage, Sachfragen zu grünen Kernthemen substanziell zu beantworten. Seit ihrem Höchststand in den Umfragen Ende April haben die Grünen einen massiven Rückgang in der Wählerzustimmung zu verzeichnen. Insa sieht die Ökosozialisten nur noch bei 18 Prozent, zehn weniger als in den besten Momentaufnahmen des Jahres. Neben wachsenden Unsicherheiten darüber, ob die zur Kanzlerkandidatin ausgerufene Parteisprecherin Annalena Baerbock einem solchen Amt gewachsen wäre, spielen auch Unwägbarkeiten in einzelnen Landesverbänden eine Rolle, unter anderem im Saarland. Baerbock auf Distanz zum Landesverband. Am 20. Juni hatte der dortige Landesparteitag nicht nur Baerbock selbst brüskiert, indem dieser gegen die Proporzvorschriften der Partei mit Hubert Ullrich einen männlichen Spitzenkandidaten gewählt hat, während Baerbock mit den Worten »Man habe sich dies anders gewünscht« offen auf Distanz zu ihrem Verband ging und Bundesgeschäftsführer Michael Kellner eine Neuwahl der Liste nahe legte, traten der eben erst neu gewählte Landeschef Ralf Rugit und die ebenfalls erst am Sonntag in den Vorstand gewählte Ute Kirchhoff zurück. Zurückgetreten ist jedoch auch Irina Gajdukova, die nach dem Scheitern der gewünschten Kandidatin Tina Schöpfer bei der Spitzenkandidatur für Platz 2 angetreten war und überraschend gewählt wurde. Anlass dafür ist offenkundig ein Video, das die gebürtige Ukrainerin in einer Fragerunde zeigte. Über mehrere Minuten hinweg wurde die Bundestagsabgeordnete in Spee über ihre Position zu mehreren Kernthemen ihrer Partei befragt. Allerdings zeigte sie sich nicht in der Lage, substanzielle Antworten darauf zu geben. Stattdessen bestand ihre Reaktion auf Fragen wie zur Fahrradpolitik, zum Klimaschutz oder zum CO2-Zertifikatehandel in Lächeln und der Bitte, das Thema zu wechseln. In sozialen Medien fand ein YouTube-Video Schnellverbreitung, das Gajdukovas Auftritt zeigte. Mit Entrüstung und Häme wurde die unbeholfene Vorstellung als Indiz dafür dargestellt, dass sie hauptsächlich von Akademikern gewählte Partei Kompetenzdefizite aufweisen könnte. Neben den Vorwürfen ungenauer Angaben im Lebenslauf und kopierter Texte in ihrem Buch, mit denen Spitzenkandidatin Baerbock zu kämpfen hat, trug auch das Video aus dem Saarland zu einer unvorteilhaften Wirkung der Partei in der Öffentlichkeit bei. Kramp-Karrenbauer stellt sich vor Gajdukova. Während das Video Gajdukovas mit mehreren hunderttausend Aufrufen über unterschiedliche YouTube-Kanäle die Runde machte, hat sich Ex-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hinter ihre Landesfrau gestellt. Auch sie fand, wie der Tagesspiegel berichtet, den Auftritt sicher alles andere als professionell. Allerdings klagte sie auch angesichts einer Vielzahl an schadenfrohen Social-Media-Kommentaren, hier werde gerade ein Mensch kaputt gemacht und die Reaktionen seien noch unprofessioneller und beschämend. Gajdukova selbst hat, wie die Saarbrücker Zeitung schreibt, alle Ämter und Mandate abgegeben und die Partei verlassen. Vor ihrer überraschenden Wahl auf Listenplatz 2 für die Bundestagswahl sei sie lediglich Schatzmeisterin im Ortsverband Saarbrücken und Bezirksrätin in Saarbrücken-Mitte gewesen. Ähnlicher Auftritt auch 1993 bei der rechten DVU. Einen ähnlichen Auftritt wie im Fall von Irina Gajdukova hatte es schon 1993 im Vorfeld der Bürgerschaftswahl in Hamburg gegeben. Damals hatte der Spitzenkandidat der rechtsextremen Deutschen Volksunion, DVU, Rudolf Reimers, im Rahmen einer Pressekonferenz zu mehreren Fragen erst längere Zeit geschwiegen und die Journalisten anschließend an seine mitgereisten Begleiter aus dem Bundesvorstand verwiesen. Der Auftritt galt als einer der Gründe dafür, warum die Partei trotz eines hohen Geldbetrages, der in den Wahlkampf investiert wurde, nur 2,8% bekam und deutlich hinter den Republikanern und der kurzlebigen Stadtpartei landete. Auf Anteilnahme der Politiker etablierter Parteien angesichts öffentlicher Häme über den misslungenen Auftritt konnte Reimers im Unterschied zu Gajdukova jedoch nicht zählen. Und hier eine Buchempfehlung von Epoch Times. Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er, verborgen oder offen, auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit. Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen. Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich einer zehrenden Krankheit gleich an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke. In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten Retter, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus bis hin zur Globalisierungsbewegung, grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Jetzt bestellen! Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Onlineshop. Wie der Teufel die Welt beherrscht, untersucht auf insgesamt 1.008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Die Autoren analysieren, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat. Gewundenes Buch, alle drei Bände für 50,50 Euro, kostenloser Versand innerhalb Deutschlands. Hörbuch und E-Book um 43 Euro. Weitere Bestellmöglichkeiten bei Amazon.de oder shop.epochtimes.de sowie E-Mail unter bücher-at-epoch-times.de Das Hörbuch gibt es zudem auf allen gängigen Streaming-Plattformen zum Download, wie iTunes, Google Play sowie Audible etc. Etc.